Und was mach ich denn da? Was ist das? Maschinengewehr Monit. Achso, die wollte ich dir geben, ja. Soll ich weiterlaufen? Ähm, warte mal. Ich muss irgendwie hier wieder runter. Ah, ich hab da unten noch so'n Dings vergessen. Da kommt... Uah! Was? Granate, Granate, Granate. Oh, fuck! Uh! Ich hab mal ne Brandgranate umgeworfen. Drei hab ich erwischt. Ich kann noch mal eine werfen, aber jetzt stehen sie ziemlich nah an dir dran hier. Und dann doch der... So. Uah, nochmal. Granate. Oh ja, der kommt gut. Oh, super nice. Sind die alle tot? Wahrscheinlich so, ja. Ich hab hier jetzt noch mal Pistolenmunition rumliegen und Maschinengewehr Munition. Oh, hallo. Die Frage ist jetzt... Hier ist noch mehr Pistolenmunition. Ich glaube, ich sollte mal runterkommen. Ähm, damit ich dir die Munition geben kann, die Maschinengewehr Munition. Dann kann ich nämlich die Pistolenmunition hier oben aufsammeln. Dann müsstest du mir aber nochmal hochhelfen. Ja, Moment. Also hier ist noch mal Gewehr Munition. Nehmt mit. Und Pistolen. Ich geb dir mal... ...geben. So. Du kannst die Pistolenmunition hier unten nehmen. Mhm. Hilf mir nochmal kurz hoch. Dann hole ich nämlich alle Pistolenmunition da oben. Die kannst du ja nicht holen. Alles klar. Ja. Lü, 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 lü. Ausfah. 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 Ja, ja. Ich bin ja unterwegs. Danke. Prozent was die ganzen Zombies daraus gelaufen kamen ein Don Juan Togo sehr die ich halt vor mit ich bin ja mal mit dem okay ist er ganz und macht ganz sachte die Tür auf weiß gar nicht mehr wie man die Eintritt um doppelt Prozent tippen drücken wo bist du wenn du mich um die Ecke ich meinte ich meinte den den Zombie hier ich kann sagen es war jetzt der vierte Schuss in den Kopf er wollte mich auf eine Flasche Wein einladen ach so war ein bisschen unhöflich von mir glaube ich da jetzt einfach mal in den Kopf zu schießen hier steht ein rotes Kraut seh ich kann ich aber nicht nehmen was sei denn ich krieg alle Pistolenmunition in meine Pistole rein ne krieg ich leider nicht hm ja dann stehen zwei rote Kräuter da wo ich herkomm stand auch eins hm hm ja dann lass stehen ist ja nur ein Booster für für das Grüne ach hallo Freund schön noch einer ja das ist Kraut meinte ich ach ich weiß jetzt ja doch ich weiß jetzt wieder ähm da musste man in oder da konnte man in zwei äh Gebäuden gleichzeitig was machen ich stand im einen und du bist rüber oder umgekehrt weiß ich jetzt grad nicht mehr äh hey oh oh dass sie einfach nicht sterben wollen ne so hier haben wir eine Handgranate hier mit oh was war das noch eine Handgranate voll am farmen ey ich glaub ich glaub ähm in dem Gebäude oder von dem Gebäude aus konntest du mich auf die andere Seite werfen mhm so wie das ein Affe halt macht ne Gold Gold und Pistole Munition so hier ist nix da geht's nur nach unten jetzt bin ich grad am überlegen richtig also du kannst mich kannst mir da jetzt rüber helfen dann kannst du mich von hier aus aber unterstützen hast du du hast keinen Platz mehr im Inventar frei ne ist alles voll äh ja gut du hast ein Maschinengewehr damit könntest du mir schon mal Unterstützung leisten ich hab die Schrotflinte mit ist gut dann machen wir das so dann hilf mir mal rüber weil ich muss da glaube ich auf der anderen Seite muss ich die Tür unten öffnen achso damit ich dann rüberkomme damit du rüber kannst genau und das mach ich jetzt glaube ich auch ich renne jetzt einfach schnell nach unten soll ich auch nach unten rennen oder soll ich hier oben stehen bleiben um zu äh geh du mal nach unten wir versuchen es jetzt erstmal so geh mal nach unten ich versuch so schnell wie möglich nach unten zu kommen um die Tür aufzumachen äh ich glaub wo hat die denn die Granate hingeworfen ich glaub ich muss noch unten ich geh nach unten ich brauch so ein grünes Kraut äh fliegt so viel nur hier lauf 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 da ist noch einer und noch einer da sind ganz schön viele Leute hier kann ich hier durch das Gitter schießen weiß ich nicht aber die Tür ist gleich offen ne 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 ich glaub das ist ne die Tür zu öffnen krieg ich aber nicht hin ne oh also ähm ja wenn die erste Granate gesessen hätte dann wäre das kein Problem gewesen ok deswegen würde ich sagen versuchen wir es jetzt einfach nochmal so du kannst aber trotzdem ähm ach wir können ja jetzt hier was verkaufen wenn wir das wollten ne mhm will ich aber nicht ich aber was denn den Juwelenarmreif ach so richtig stimmt verkaufen er hat 3000 gebracht oder die haben 3000 ach man kann ja alles verkaufen auf einmal oh naja gut so fertig äh verbessern ach du willst noch ja gut ja wie viel hab ich denn 9000 hab ich dann mach ich das auch mal verbessern was kann ich denn da noch verbessern inzwischen treffer hier steht überhaupt kein Preis dran Kapazität ähm da wo das 3D-Modell ist von der Waffe rechts oben steht der Preis ja aber bei Kapazität steht nix dann hast du es voll ist 16 voll bei der Pistole ja weil der Balken ist nur nein der Balken ist nur ganz ganz kleines bisschen grün dann kannst du es vielleicht gar nicht mehr machen das kann auch sein dass du nicht äh noch weiter upgraden kannst momentan können sie dieses Objekt nicht verbessern na gut ah Feuerkraft geht auch nicht das ist ja kacke ich darf verbessern kritische Treffer schlagen mach ich ja bin aber schon wieder fertig ich auch fertig yo so dann müsste ich ja jetzt wieder da starten genau ja so ich rüste gleich mal die Brandgranate aus ich gebe mir nochmal einen Boost dann kann ich ja jetzt gleich schon mal kräftig zielen ich renne schon mal runter hier ist nur Gold ich kann hier durch ah das ist gut ich kann von hier aus so jetzt bin ich da jetzt müsste ich eigentlich oh nice okay dann renne ich schon mal nach unten und versuche schon mal unten die Leute Platz zu kriegen ja aufspießen oh die sind gar nicht alle kaputt dann muss ich wohl doch eine Handgranate da hinwerfen läuft mädchen so ich glaube das hat jetzt mal funktioniert aber ich sollte glaube ich trotzdem nicht zu lange fahren ich sollte dann möglichst schnell möglichst zügig die Tür öffnen aua die sind jetzt irgendwie alle auf dem Weg zu dir da hoch ja soll ich nochmal hochkommen ich schenke euch eine Granate so ich versuche jetzt ja okay ich bin jetzt unten und kann dann gleich nein am besten nicht mit der Brot flinken so Tür ist offen so jetzt nochmal schnell in das Gebäude hier reingehen hier ist Maschinengewehr-Munition nehme ich mit ja verdammt die Pistolen-Munition nehme ich dann mal wenn ich schon meine ich müsste die Kisten hier zerschießen Stoffzeichen noch Gold sind die alle tot? ja ich hab die ja gespielt ja weißt du wer jetzt kommt? jemand mit einem äh Schrauben hier kommt von unten Leute ne? aber jetzt denke ich mal weil du grad schon so komisch gesprochen hast äh dass der Kartoffelsackmann kommt ja genau der kommt jetzt Bänger von der Treppe geschossen kommt ich schieße ich auch noch hier oben ist noch Schroßgewehr-Munition ne ja ne ne ich schieße halt hier in den Kopf ja aufspießen 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 wie kommt man da ausschließen schießt Ich wollte gerade stampfen. Das hat nicht gechält. Jetzt hat er halt keinen Kopf mehr. Jetzt muss ich aus. Maschinengewehrmunition. Hier oben ist noch Schrotgewehr. Habe ich mitgenommen. Ne, da liegt nochmal was. Hier auf der Treppe. Achso, auf der Treppe. Dann sollten wir mal nachladen, alles was geht. Und noch ein bisschen erkunden, was wir hier so finden. Denn das wird gleich spaßig. Pistolen... Oh, du hast keine Pistolenmunition mehr, sehe ich gerade. Okay, die nächste geht dann an dich. Die Nächsten. Eine Brandgranate. Weil ich weiß noch, dass wir da ein bisschen Probleme hatten bei dem Knaben. Ja, ich meine auch, mich dazu erinnern zu können. Und das Problem ist, ich verwechsel das immer mit meinem Ex. Weil mein Ex hatte das auch mal gezockt. Und da weiß ich auch, dass der halt bei diesem... Oh, hier ist ein Kraut. Kartoffelmann? Ne. Da bei den Containern. Da konnte ich mich ziemlich gut dran erinnern, irgendwie. Also ich weiß, wir haben das ja mal angefangen. Und wir sind bis zum Sumpf gekommen. Das weiß ich noch. Da sind wir Boot gefahren. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Und ich weiß, dass hier der Kartoffelsackmann kommt. Na, siehst du? Kontrollpunkt. Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Gewehrmunition, glaube ich. Die kannst du mir aber geben. Ich komme mal schnell zu dir. Ja. Dann kannst du das grüne Kraut da vorne noch nehmen. Ja. Warte mal. Ich habe eine Idee, was wir noch machen könnten. Wo bist du jetzt? Hinter dir? Geh mal Richtung. Äh. Zack. Komm schon. Hoppla, falscher Knopf. Warum bin ich voll? Weil ich dir gerade Munition gegeben habe für die Pistole. Da ist eine. Ja, dann lass liegen. Ich habe ja noch... Lass liegen. Wir haben eh genug. Wenn ich zwei Granaten weggeworfen habe, dann kann ich sie nehmen. Ich gehe mal nach oben zur Tür. Kann ja nichts Böses passieren. Nein. Nein, 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 nein. Kartoffelsack, Mann. Sollte wegrennen. Lass ihn mal zu dem Fas da hinter mir kommen. Können wir nämlich da Dings drauf ballen. Oh, komm. Was machst du denn hier? Ich habe den Kartoffelsack, Mann, verwirrt. Vorsicht. Kartoffelsack, Mann, kommt. Ist hinter mir hier. Nein, nein, ich verwirr hier. Komm zu mir. Come to me. Come on. Na ja, komm zu mir. Ich baller nochmal aufs Fass. Nein. Ich habe was. Ich habe ein Fass kaputt gemacht, weil ich die überhaupt nicht kaputt machen wollte. Das ist absolut gut. Kriegen wir auch so hin. Wir müssen halt nur ausweichen. Boah, ich glaube, das ist hinter mir. Ja, dann läuft die Tür hier. Läuft nur der Schritt. Na, jetzt hat er sich umgedreht. Fuck, hier hinten ist ein... Ah, hier kann man in die Tür rein. Okay. Kartoffelsack, Mann, was machst du denn hier? Oh, ich mache die Tür auf und dann kommt jemand aus dem Haus raus. Ich bin im Takt. Vorsicht, das Kartoffelsack, Mann, und so. Du hast nicht zufällig einen Kartoffelsack, Mann, hinter mir. Dreh, trillt. Bam. Oh, nein. Ich wollte gerade sagen, ich habe Glück, dass der Kartoffelsack, Mann, mich nicht erwischt hat. Ich komme zu dir. Lauf. Melz, lauf. Super. Ja, ja. Lass mich irgendwo, du Axt, Mann. Ey. Granate ausrüsten, umdrehen, werfen. Daneben. Aber hat einen anderen erwischt. Geht mit mir. Oh, oh. Alter, war das knapp. Äh, hütteln. Dankeschön. Vorsicht, Kartoffelsack, Mann. Jetzt mal bitte nach. Ebe. Ebe. Bist du um den Tisch gelaufen? Ja. Oh, handelst du mich doch mal in Ruhe, ey. Ja, der war der Kartoffelsack, Mann. Oh, meinst du Glück, ist er relativ langsam. Ja. Dankeschön. Das ist Ziel, dann. Oh, scheiße, ich habe keine Munition mehr. Dann musst du dich anders behalten. Oh, scheiße, ich habe den Schaufel. Voll reingerannt, ey. Ich habe den Ausholen sehen und bin einfach rein. Ah, ich habe ihn getroffen, aber es hat ihn nicht so gejuckt. Oh, kein Schuss mehr in der Gifte. Vorsicht. Hinter dir, hinter dir. Ah, hinter mir. Oh, wir da schauen mit der Spitze voran. Kartoffeln. Ah. Dreh, tret. Wir sollten mal versuchen, ob wir den öfters treten können. Jetzt treten? Ja, nicht treten. Achso, wenn er dann... Ja. Wenn er so benommen ist. Oh, mein Schuss, ey. Ich muss nachhören. Nur fünf Schuss. Oh, ich glaube, wir haben... Ah. Schuße des Wächters. Da, 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 da. Ich habe noch sage und schreibe drei Schuss für die Pumkan. Ich habe... Also für Pistole habe ich gar nichts mehr. Und... Ja, gut. Hier, Maschinenpistole geht noch. ... Vielen Dank.